Mit Gott wandeln, Tag für Tag, Andachten für alle Tage von Martin Lloyd-Jones Die heutige Andacht trägt die Überschrift Fehlgeleiteter Eifer Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Römer 10, Vers 2 Die Juden erwarteten das Kommen des Messias, aber sie erkannten ihn nicht, als er kam. Sie, die von sich behaupten, unbedingt gerecht vor Gott sein zu wollen, lehnten den einen Weg ab, durch den die Menschheit vor Gott gerechtfertigt werden kann. Paulus zufolge gab es nur eine Erklärung für diese Tragödie. Er brachte sie in den folgenden Worten zum Ausdruck Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Er räumte ein, dass ihre Auffassung ganz ehrlich und ganz aufrichtig sei. Das Problem bei den Juden war nicht, dass es ihnen an Aufrichtigkeit gemangelt hätte, sondern vielmehr, dass sie darauf vertrauten, und eben, weil sie sich auf sie verließen, es vernachlässigten, das größere Licht und die weitgehende Erkenntnis zu berücksichtigen, die das Evangelium ihnen gerade über den Gegenstand zu geben vermochte, den sie so sehr begehrten. Wiederum war ihr Problem nicht, dass es ihnen an Inbrunst gemangelt hätte, sondern dass sie darauf vertrauten und argumentierten, dass sie, weil sie eifrig seien, deshalb notwendigerweise auch Recht hätten. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Tatsächlich verwarfen sie gerade wegen dieser Leidenschaft die Erkenntnis, die das Evangelium ihnen anbot. In ihrem Falle bestand ein Konflikt zwischen Eifer und Erkenntnis, zwischen Aufrichtigkeit und Wahrheit. Es kann überhaupt keinem Zweifel unterliegen, dass diese Eigenschaften, Eifer und Aufrichtigkeit, in unserer heutigen Zeit genauso hoch gelobt werden, wie diese vor Alters bei den Juden geschah. Erkenntnis wird gering geschätzt, nahezu verachtet. Klares, logisches Denken und exakte Definition werden herabgemindert. Lehre und Dogma sind tabu und werden fast schon als die Feinde der Wahrheit angesehen und sogar gute Taten genießen nicht mehr die Bedeutung, die sie noch vor ein paar Jahren hatten. Diese Eigenschaften, Eifer und Aufrichtigkeit, werden in unserer Zeit genauso hoch gelobt, wie dies vor Altersher bei den Juden geschah. Untertitelung des ZDF, 2020